Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über das LG OLED Evo C2 Fernseher sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit loszulegen. A9 Gen 5 4K AI Prozessor Schönheit trifft auf Intelligenz. Die Intelligenz hinter der Schönheit. Der Alpha 9 Gen 5 4K AI Prozessor verbessert aufgrund von Deep Learning Algorithmen Objekte im Vorder- und Hintergrund, um ihnen eine natürliche Schärfe zu verleihen. Und ganz nebenbei sorgt er auch noch für spektakulär lebendige und präzise Farben. Unendlicher Kontrast Spektakuläres Schwarz, leuchtende Lichter Selbstleuchtende Pixel erzielen tiefste Schwarztöne für gestorben scharfe Kontraste. Und das in allen Lichtsituationen. Die Bilder sind noch klarer definiert, sodass Sie selbst subtile Details erkennen können, die Ihren Augen normalerweise entgehen würden. Dynamic Tone Mapping Pro, mehr Details für mehr Begeisterung. Das brandneue Dynamic Tone Mapping Pro geht ab sofort noch einen Schritt weiter, um das Bild zu verbessern. Zuvor wurden nur komplette Szenen verbessert. Jetzt werden aber bis zu 5000 einzelne Blöcke auf dem gesamten Bildschirm erfasst, um ein noch lebendigeres HDR-Bild bis ins kleinste Detail zu erzielen. Kino hautnah erleben, jetzt spielen sie die Hauptrolle. Zusammen vereint sorgen Dolby Vision IQ und Dolby Atmos für ein sensationelles, packendes Filmerlebnis. Mit dem Alpha 9 Gen 5 4K AI Prozessor verleiht Dolby Vision IQ mit Precision Detail den Bildern eine außergewöhnliche Tiefe und hebt subtile Texturen hervor. Grenzenloses Gaming, leistungsstarke Gewinnmaschine. Steigern Sie Ihre Spielfreude mit den ersten Fernsehgeräten der Branche, die Dolby Vision 4K Gaming bei 120 Hz für flüssigeres und realistischeres Gaming unterstützen. Mit einer Reaktionszeit von 0,1 Millisekunden, Nvidia G-Sync Kompatibilität, AMD FreeSync Premium und VRR-Unterstützung erscheinen selbst ultraschnelle Aktionen klar und flüssig. Cloud Gaming, die neue Liga des Gamings. Mit der nahtlosen Integration von GeForce Now und Stadia gibt es eine ganze Cloud von Spielen, die auf Sie warten. Entdecken Sie Ihre Lieblingsspiele neu und finden Sie neue Favoriten direkt auf Ihrem Fernseher. Nichts, was ablenkt. Minimalistische Ansichten. Dank des extrem schmalen Rahmens können Sie voll und ganz sowie ohne Ablenkung in die dargestellten Inhalte eintauchen. Das unglaublich schlanke Design fügt sich mithilfe des eleganten Jellery-Standfußes oder des TV-Standfußes nahtlos in Ihr Ambiente zu Hause ein. Das Fernsehgerät verfügt über optischen Audioausgang. So können Sie den Ton von Ihrem Fernseher an Ihr Heimkinosystem übertragen, indem Sie die beiden Geräte einfach über ein optisches Kabel miteinander verbinden. Das Modell unterstützt 5 GHz Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi und Bluetooth 5.0. Eindrucksvoller Surround-Sound, als wären Sie live dabei. Der Alpha 9 Gen 5 4K AI-Prozessor rechnet gewöhnliches 2-Kanal-Audio in einen atemberaubenden virtuellen 7.1.2-Kanal-Sound hoch. Spüren Sie die Action und die Geräuschkulisse um Sie herum, als wären Sie die Hauptfigur des Films. ThinQ AI und WebOS Fernsehen wie für Sie gemacht. Sie brauchen Inspirationen für einen Filmabend? ThinQ gibt Ihnen Empfehlungen, die ganz auf Ihrem persönlichen Geschmack basieren. Richten Sie einfach Profile für alle Personen in Ihrem Haushalt ein, um schnell wieder in Ihre Lieblingsserien einzutauchen und maßgeschneiderte Nachrichten und Sportnews zu erhalten. Intelligenter als Sie denken. Die intelligente Sprachsteuerung über Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay und weitere Dienste macht die Steuerung Ihres LG OLED TV einfacher und schneller als je zuvor. Entertainment. Alle Ihre Lieblingsinhalte auf einen Blick. Alles bereit für die Filmnacht oder einen gemütlichen Serienmarathon. Mit den verfügbaren Streaming-Apps können Sie praktisch all das sehen, was Sie wünschen. Dank Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV Plus und den LG Channels gibt es immer etwas Interessantes zu erleben. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Der Ton ist inakzeptabel. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Bild ist fantastisch. Sehr natürliche Farbwiedergabe. Perfekter Kontrast. Enorme Brillanz. Sehr umfangreiche Ausstattung. Einfache Bedienung. Der Test für das LG OLED EVO C2 Fernseher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.